Gustave Flaubert war ein französischer Schriftsteller, der vor allem als Romassier bekannt ist. Leben Flaubert wuchs auf in Rouen als jüngerer Sohn des Chefarztes des städtischen Krankenhauses und erlebte, da dessen Dienstvilla, wie damals üblich, an das Krankenhaus grenzte, das Leiden und Sterben dort aus nächster Nähe mit. Er galt als begabter, aber wenig disziplinierter Schüler, der es vorzog, seine Zeit mit Lesen und Schreiben statt mit Lernen zu verbringen. Zu seinen Jugendfreunden gehörten Louis Bouillet, der sich später einen gewissen Namen als Lyriker machte, sowie der Bruder von Laurele Poitwin, der späteren Muttergeide Maupassants. In den Sommerferien 1836 verliebte sich Flaubert in dem normannischen Badeort Truville-sur-Mer in eine etwas ältere Frau Elisa Schlesinger, die ihn jahrelang als große, unerreichbare Liebe beschäftigte und sein Schreiben inspirierte. Nach dem Baccalaureate begann er auf Drangen des Vaters ein Jurastudium, das er aber aufgab, nachdem er 1843 einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Dennoch machte er in diesen Jahren größere Reisen, deren vorläufig letzte ihn 1851 auf den Spuren Chateaubrions, La Martines oder Nervels in den vorderen Orient, insbesondere Ägypten, führte. Sein Begleiter war ein wenig jüngerer Freund, der Literat Maxime Duchamp, der schon am Beginn seines Erfolges stand. Nach der Rückkehr richtete sich Flaubert bei seiner verwitweten Mutter ein und führte mit ihrem und seinem Erbe ein zurückgezogenes Dasein als Schriftstellernder Rentier in ihrem Haus in Cossette nahe Ruin. Dieses verließ er nur noch für gelegentliche Aufenthalte in Paris, um dort einige gesellschaftliche Kontakte, zum Beispiel mit Autorenkollegen, zu pflegen oder sich mit seiner langjährigen Geliebten zu treffen. Der zehn Jahre älteren Schriftstellerin Luise Kohle, mit dieser diskutierte er auch in vielen Briefen über literarische Fragen, literarisches Schaffen. Lohbert schrieb schon seit seiner Jugend unermüdlich zunächst im Stil der Romantik. Er stellte aber so hohe Ansprüche an sich selbst, dass er lange Jahre alle Manuskripte unpubliziert ließ. Sein erstes gedrucktes Werk wurde schließlich der 1851 begonnene Roman Madame Bovary, der 1856 im Feuilleton der Revue de Paris erschien. Der Roman trug ihm sogleich einen Prozess wegen Verstoßes gegen die guten Sitten ein. Doch wurden Flaubert und die Zeitschrift dank des klugen Plädoyers ihres Anwalts am 7. Februar 1857 freigesprochen. Der Prozess wirkte sich letztlich sogar positiv aus, denn er verhalve der Buchversion, als sie 1857 herauskam, zu einem Verkaufserfolg. Weniger erfolgreich, aber noch einflussreicher auf die Entwicklung des europäischen Romans war Flaubert mit L'Education Sentimentale. Die Bovary und die Education gelten als epochenmachend für die Entwicklung des europäischen Romans, und zwar aufgrund der Idee Flaubertz, seine Protagonisten nicht mehr als Ausnahmepersonen zu konzipieren, sondern als gänzlich unheroische Durchschnittscharaktere. Die übrigen Werke Flaubertz werden heute meist weniger beachtet. Es sind insbesondere der im antiken Cartago spielende historische Roman Salambo, zu dessen Vorbereitung Flaubert 1858 nach Tunesien reiste. Die lange Erzählung La Tentation de Saint Antoine, der seinerzeit erfolgreiche Erzähl-Bend-Treuus-Contes, unter anderem mit der anrührenden Erzählung Uncure Simple oder der Unvollendete, als Satire auf das Durchschnittsbürgertum gedachte Roman Bouvard de Pecuché. Lobert gilt als einer der besten Stilisten der französischen Literatur und als ein Klassiker des Romans. Zusammen mit Stendal und Balzach bildet er das Dreigestirn der großen realistischen Erzähler Frankreichs. Ganz wie die beiden anderen wurde auch er von der Académie Française nicht für würdig befunden, aufgenommen zu werden. Werke Hauptwerke Die Handlung des Erstlingswerks Madame Bovary beruht auf einem Zeitungsbericht aus dem Journal de Rouen von 1848 über den Suizid der Arztgattin Elpine de la Mare aus Erypsilon bei Rouen. Sie stellt die Geschichte einer Pächterstochter dar, die nach der Heirat mit einem Dorfartstrasch unzufrieden mit ihrem sie zwar liebenden, aber biederen Mann ist und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie sich nach dem Vorbild von Romanen und Frauenmagazinen ein Leben in Leidenschaft und Luxus erträumt. Zwar schafft sie es mittels Zweierliebschaften und eines gewissen Luxuskonsums einige Schritte zur Realisierung eines solchen Lebens zu tun, wird aber immer wieder eingeholt von der Trivialität und Enge ihrer realen Verhältnisse, bis sie schließlich von Schulden erdrückt Selbstmord begeht. Thema ist also das Scheitern einer romantischen Idealistin an einer Welt, in der die Opportunisten und die Materialisten obsiegen, die im Roman vor allem von dem Apotheker Homais und dem Händler Lerue verkörpert werden. Der Roman Letucation Sentimentale schildert die Geschichte des jungen Provinzlers Frédéric Moreau, der nach Paris geht, wo er sich eine große Zukunft in Politik, Literatur und Liebe erhofft, jedoch die ihm sich durchaus bietenden realen Chancen zugunsten irrealer, idealer Ziele verpasst und zwar vor allem eine lange schwärmerisch unerfüllten Liebe zu einer verheirateten Frau, die ihn absorbiert und paralysiert. Nachdem auch seine kurze Begeisterung für die politischen Ideale und Ziele der Revolution von 1848 verpufft ist, versinkt er in intellektueller Mittelmäßigkeit und wird nur durch eine größere Erbschaft vor einem auch materiellen Niedergang bewahrt. Frédéric ist eine Symbolfigur des weniger tragischen als traurigen Weges der Qua ante Huetats d. h., der durch die Februar-Revolution in Aufbruchstimmung versetzten, dann aber durch die weitere Entwicklung politisch enttäuschten 48er-Generationen, der auch Flaubert sich zurechnete. Der Titel des Romans Letucation Sentimentale ist ironisch zu verstehen, denn anders als z.B. die jungen Helden Julien in Stendals, Les Rouges, Les Noirs oder Rastignac in Balzachs, Herregoriert erfährt Frédéric von der geliebten reiferen verheirateten Frau letztlich keine Erziehung seiner jünglinghaft schwärmerischen Gefühle, zu denen eines sexuell erfahrenen Mannes, sondern nur deren Frustration. Werkübersicht zu Liebzeiten veröffentlichte Werke Bibliomanie Erzählung 1836 Memoirs des Unfus Roman 1838 Novembre Erzählung 1842 Madame Bovary Roman 1857 Salambo Roman 1862 Letucation Sentimentale Roman 1869 La Tentation de Saint Antoine Drama 1874 Le Candidat Comédie 1874 Trois Contes Uncursimple La Legende de Saint-Julien L'Ospitalier Herodias Erzählungen 1877 Postum erschienene Werke Les Châteaux-Discurs Fehlenspiel 1880 Bouvard des Pecuchés Roman 1881 mit Maxime Ducamp Palais-Chemsele-Greves Reisebericht 1886 Deutsch von Cornelia Hasting Über Felder und Strände Eine Reise in die Bretagne Döllemann Verlag Zürich 2016 Diktionär des Idéritus 1913 Gustave Flaubert Die Briefe an Luise Collé Haffmans 1995 ISBN 978-3251-201877 Fie Tavoudou R.P. Crouchat 2005